Trau dich! Wir haben da richtig für trainiert, Wochenende. Die anderen gehen da jetzt hin, spielen sich ein bisschen ein. Wir gehen da jetzt raus und reißen denen den Arsch auf. Auf geht's! Oh, da sind die Beine, die Beine, die bewegen sich nicht mehr. Komm, Schritt, 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 Schritt! Hier, hopp, 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 was ist los? Vorhand, vorhand! Will er nicht! Jetzt muss der Oli mal vier Spiele hintereinander machen. Ich seh da noch kein Feuer bei dir. Da muss richtig Dammsteinfeuer breit. Brennen! Ey, so viel Strafkistenbier könnt ihr gar nicht mehr trinken. Das ist wie so ein alter Opa. Ja, wie eingeklebt. Komm, pusch dich, iss nicht mehr viel. Komm, let's go! Komm jetzt, Daniel! Komm! Das ist weg. Ja! 9,8! Ja! 8,8! Ja! Gut! Gut, sieh! Alter Mann, aber gewonnen. Gewonnen ist, aber trotzdem. Kann man auch in zwei Sätzen entspannt nach Hause bringen. Ja, du hast bei 2-3, da hast du ein bisschen 2-3 Spiele, da ging es zu schnell weg. Und im ersten hast du eigentlich ganz gut rausgebaggert noch, finde ich. Okay, Männer, es ist 2-2. Haben uns vielleicht ein bisschen mehr erhofft, aber im Endeffekt können wir, glaube ich, ganz zufrieden sein mit dem Ergebnis. Doppel-Vollgas, ihr wisst, was wir trainiert haben, ran ans Netz, Ball nicht ticken lassen, vor und aktiv und aggressiv sein. Ich glaube, dann können wir es packen. Bene, dein Wort. Denkt nochmal dran, wir haben hier das von Tennis Point gewonnen, wir haben da trainiert. Ja, wir haben da richtig für trainiert. Wochenende, die anderen, die gehen da jetzt hin, spielen sich ein bisschen ein. Wir gehen da jetzt raus und reißen denen den Arsch auf. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Bravo. Auf geht's. Gut. Gut. Auf geht's. 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 Zubewegen, komm! Mutig! Gerade wenn du auf den Besseren aufschlägst, wirf den Ball hoch und dann kannst du ein bisschen was machen. Und ihr müsst wach sein am Netz. So ist es gut jetzt. Komm, nächsten zwei Spiele. Alles gut, das Spiel ist nicht wichtig. Das Spiel ist jetzt wichtig. Ihr habt die bessere Seite, immer ein bisschen gucken. Ihr habt von der Seite jetzt ein bisschen Rückenwind. Also wenn die Bälle kurz sind, gut ranlaufen. Und ruhig mit der Rall agieren beim Aufschlag. Und vorne wach sein. Der eine schießt Longline. Schläger hoch, vorne halten und vorne bleiben. Nicht rückwärts, dann hast du keine Chance. Komm, das Spiel holen wir uns jetzt. Immer vorne bleiben. Komm, auf geht's! Nein! Was? Scheiße! Ja, ist ja auch blöd für die. Auch der zählt. War noch tot. Ja, dann wenigstens so. Ja. Ja, Matchball jetzt. Gut, dass der den kloppt. So, jetzt Matchball dann. Jetzt. Das glaube ich nicht. Mach den doch einfach weg. Ja! Wenigstens drei Punkte. Auch ein Unentschieden kann wichtig sein. Ja. 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 Ja.